Ich möchte noch beten zusammen und dann, ich nenne es gekreuzigt, gestorben, begraben, was wir heute Abend besprechen. Lieber Vater, ich möchte dir wieder danken jetzt für deine Gegenwart, für dein Reden, für das, was wir lernen dürfen, da wo wir uns korrigieren können, uns aneinander helfen können. Und Vater, ich danke dir, dass du ein barmherziger Gott bist, dass du es gut meinst und wir deshalb immer zu dir kommen können. Und darüber freue ich mich tatsächlich. Amen. Ich treffe relativ oft Menschen, du wahrscheinlich auch, die sind offen für Gott, sogar für Jesus Christus. Sie sind offen für eine geistliche Erfahrung. Ich stelle fest, dass gerade oft, ich rede jetzt vor allem über Männer, die ich jetzt persönlich kenne, dass sind Männer, die sind relativ erfolgreich, sie sind gesund, haben eine relativ funktionierende Familie, vielleicht gesunde Kinder. Und zu all dem Schönen, was sie bereits haben, wünschen sie sich jetzt noch eine geistliche Erfahrung. Um Sinnerfüllung. Und sie glauben dann manchmal, Jesus Christus könnte das sein, wenn ich mich da, wie ich habe am Dauernhof, so eine Bibel, Abendbibelschule für Einheimische. Wir sind nur so ein Dorf, da ist nicht groß, aber kommen immer 150. Und da kommen viele, die gehen nie in die Kirche, die lassen sich mitnehmen. Die kommen auch dann dahin, weil sie glauben, da machen sie eine geistliche Erfahrung. Die kommen dann ein, zwei Mal, aber dann nicht mehr. Weil, sie entdecken sehr bald, wenn sie sich auf ein Leben mit Jesus Christus einlassen, ist es nicht eine Ergänzung ihres bisherigen Lebens, sondern das Ende ihres bisherigen Lebens. Und der Anfang eines neuen Lebens. Wenn Christus in ein Leben hineinkommt, dann ist es keine Lebensverbesserung oder Lebenserweiterung, es ist ein neues Leben. Jesus renoviert nicht unser Leben, er gibt uns ein neues Leben. Und der Apostel Paulus formuliert dieses Ende des alten und den Anfang des neuen Lebens ganz plastisch. Galater Kapitel 2, Vers 20 sagt er, Ich lebe, ich bin gekreuzigt mit Christus, und nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Ich bin gekreuzigt mit Christus, Galater 2, Vers 20. Im Kolosser Kapitel 3, Vers 3 lesen wir, ich lese es euch vor, Kolosser Kapitel 3 und Vers 3, Denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wir sind gekreuzigt, wir sind gestorben. Und Paulus sagt im Römer Kapitel 6, Vers 4, da geht er noch einen Schritt weiter, Römer Kapitel 6, Vers 4, und sagt dort, So sind wir nun mit ihm begraben worden, in der Taufe, in den Tod. Wir sind gekreuzigt mit Christus, wir sind gestorben mit Christus, wir sind begraben mit Christus. Das hat die meisten Christen Wissen, dass Jesus Christus für uns gekreuzigt, gestorben, begraben wurde. Aber viele Christen wissen nicht, dass sie mit Christus gekreuzigt, gestorben und begraben sind. Oswald Schemper hat es mal so gesagt, er hat gesagt, Warst du schon bei deinem weißen Begräbnis? Denn Anfang des neuen Lebens formuliert Paulus so, Ich lebe, aber nicht ich, sondern Christus lebt jetzt in mir. Ich bin auferstanden mit Christus, und er ist die Kraft in meinem Leben. Übrigens etwas an der Seite, aber sehr oft beten wir Christen um Kraft. Ich bin mir nicht sicher, ob das korrekt ist. Ich glaube nicht. Wir lesen, ich könnte euch viele zeigen, im Alten Testament vor allem, das lesen wir sehr oft, die Psalmisten, Gott, du bist meine Kraft. Er ist meine Kraft. Nicht ich bitte dich um Kraft. Wisst ihr, was der Unterschied ist? Der Unterschied ist fast wie Tag und Nacht. Wenn ich sage, Herr Jesus, heute habe ich viel vor mir, dies und dies und dies, aber ich bitte dich, gib mir ein bisschen Kraft. Damit, ich sage nicht, dass man das immer so meint, aber ich sage nur, im extremsten Fall heißt es, Herr Jesus, ich bin der Boss, und ich mache es, wie es mir recht erscheint, aber falls ich es nicht schaffe, wäre es nett, wenn du mir ein bisschen extra Kraft gibst. Wenn ich aber sage, Herr Jesus, du bist meine Weisheit und meine Kraft. Mach das, was du möchtest, dann ist er der Boss und ich sein Diener. Das sind so kleine Neancen manchmal, wo wir uns manchmal in den Unglauben hineinbeten. Oder dieses Gebet, Herr, bitte sei mit mir heute, geh mit mir. Und ich glaube, Gott fragt sich manchmal schon, ja, wo glaubst du, wo ich bin? Jesus hat gesagt, ich bin mit dir alle Tage bis an das Ende der Welt. Und wisst ihr, was wir lernen müssen? Gott zu danken, dass er mit uns ist. Anstatt ihn dauernd um Dinge anzubetteln, die er sowieso schon versprochen hat. Natürlich im seelsorgerlichen Sinne. Es gibt Zeiten, da geht es uns wirklich schlecht. Es ist, mach keine, nicht im falschen Sinn ja im Prinzip daraus. Seelsorgerlich kann man natürlich beten, Herr, bitte sei bei mir. Und Gott sagt nicht, frag nicht, so blöd bin er sowieso da. Nein, seelsorgerlich ist okay, aber von der Theologie her müssen wir verstehen lernen, dass er bei uns ist. Und wir lernen sollten, ihm zu danken, dass er da ist. In der Gewissheit seiner Gegenwart zu leben. Auf jeden Fall, wir sind gekreuzigt, gestorben und begraben. Ich vergleiche das manchmal auch wieder mit Single- und mit Eheleben. Wenn zum Beispiel ein Mann eine Frau heiratet, dann gibt er sein bisheriges Single-Leben auf, um frei zu werden für ein Leben mit seiner Ehefrau. Und der Unterschied zwischen Single-Leben und Eheleben ist bemerkenswert. Bis gestern war ich allein in meinem Zimmer oder auch nicht. Ab heute bin ich zu zweit. Bis gestern hat alles mir alleine gehört. Jetzt gehört es mir und meiner Frau. Bis gestern führte ich Selbstgespräche. Heute ist jemand neben mir. Bis gestern tat ich, was ich für recht hielt. Heute bespreche ich alles mit ihr, was recht ist. Das heißt, der alte Single muss sterben, damit der neue, vereinte Mensch leben kann. Ähnlich ist es, wenn ein Mensch beginnt, mit Gott zu leben. Wenn ein Mensch ein Leben mit Christus beginnt, dann gibt er sein bisheriges Single-Leben auf. Er muss seinen gottlosen Leben sterben, um frei zu werden für ein Leben mit Gott. Und der Unterschied ist wieder bemerkenswert. Bis gestern habe ich so gelebt, als ob es Gott gar nicht gibt. Heute ist mir bewusst, dass Gott bei mir ist, jede Sekunde meines Lebens. Bis gestern habe ich keine Minute daran verschwendet, Gott zu fragen, was sein Wille ist. Heute frage ich um den Willen Gottes für meinen Tag. Bis gestern war ich mir nur selbst verantwortlich. Heute weiß ich, ich bin Gott verantwortlich mit dem, was ich bin und tue. Bis gestern habe ich alles aus eigener Kraft getan. Heute darf ich aus seiner Kraft leben. Es ist wie Tag und Nacht. Aber der alte, selbstbestimmte Mensch muss sterben, damit der neue, von Christus abhängige Mensch leben kann. Und die Frage ist nun, wie geht das? Sieht ihr, das sind alles so theologische Phrasen. Wir haben mit Christus gekreuzigt, gestorben, begraben. Ja, aber ich lebe doch. Ja, wie jetzt? In der Früh, wenn ich Zähne putze, putze ich die Zähne oder Christus in mir? Wer macht das jetzt? Und mich hat immer getrieben und es treibt mich, wie funktioniert etwas? Denn Wahrheit muss funktionieren. Und was wir jetzt tun, ich nenne es die große Prüfung. Schlagt auf 2. Korinther 13, Vers 5. Da haben wir eine Prüfung formuliert, vom Apostel Paulus. Und er formuliert die Prüfung folgendermaßen. 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 5. Und das ist auch dann, wofür ihr die Zettel bekommen habt. Es ist eine Prüfung. 2. Korinther 13, Vers 5, sagt Paulus, Das heißt, du bist jetzt dein eigener Arzt. Untersuche dich selbst. Wenn du wissen willst, ob du im Glauben bist, hier ist die Prüfung. Und dann sagt er, Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, du bist durchgefallen. Was ist die Prüfung? Erkennst du nicht, sagt Paulus, dass es jetzt Christus ist, der in dir lebt. Und wenn du das nicht erkennst, hast du die Prüfung nicht bestanden. Das ist die Prüfung. Nun, das klingt wieder sehr theologisch. Ja, wie jetzt? Und ich möchte es jetzt ganz praktisch machen, wo wir uns selbst prüfen können, ob wir am alten Leben festhalten oder ob wir am neuen Leben uns erfreuen. Und übrigens, ich habe diesen, was ich jetzt sage, wahrscheinlich schon 50 Mal oder öfter, ich weiß es nicht, gemacht. Und es ist eine Sache, die muss ich immer wieder machen, auch selber vor Gott. Und auf euren Zetteln, da habt ihr auf der Seite 1, steht rechts oben, da steht auf der Seite 1, hier ist die Prüfung, ob ich gelernt habe, mein Leben aufzugeben, mich Gott unterzuordnen, meine Rechte zu übergeben oder ob ich mein Leben selbst bestimme, das alte Leben lebe. Und dann habe ich geschrieben, Rechte, die ich beanspruche. Und hier können wir es festmachen. Wisst ihr, was auch interessant ist? Wir sagen zwar immer, ich möchte, dass die Theologie praktisch wird. Ich möchte wissen, wie das funktioniert. Und manchmal stelle ich fest, dass wir sagen, lieber wäre es mir gewiesen, ich hätte es nicht so praktisch gehört. Aber wir werden jetzt ganz praktisch werden, soweit es von meiner Seite ausgeht. Wir halten an Rechten fest, das ist das alte Leben, an Rechten, die wir glauben zu haben, die uns aber niemand gegeben hat. Und das erste, was ich aufgeschrieben habe, ist das Recht auf Selbstverwirklichung. Selbstverwirklichung. Manchmal glauben wir, wir haben ein Recht darauf, unser Leben selbst zu bestimmen. Ein Recht darauf, meine Ziele zu erreichen, ein autonomes Leben zu führen. Autonom kommt von zwei griechischen Wörtern, Autos und Nomos. Autos heißt selbst, davon kommt das Wort Auto, weil das Pferd von selbst, du musst nur drinnen sitzen und fahren. Und Nomos heißt Gesetz. Ich bin mir selbst, mein eigenes Gesetz. Ich habe das Recht auf ein autonomes Leben. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist die, wer hat mir dieses Recht eigentlich gegeben? Und die Antwort ist, niemand. Ich weiß nicht, wo das Recht geschrieben steht, dass wir ein Recht haben auf ein autonomes Leben. Ich habe es noch nirgends gefunden. Zweitens, wir glauben auch, ein Recht zu haben auf Beziehungen. Wir glauben darauf, ein Recht zu haben auf Freunde, auf eine Ehefrau, auf sexuelle Befriedigung, das Recht darauf, beliebt zu sein und Freunde zu haben. Seht ihr, ich darf etwas sagen, ich habe ein großes Vorrecht. Ich habe ein Vorrecht, drei gesunde Kinder zu haben. Das ist ein Riesenvorrecht. Ich habe ein Vorrecht, eine Frau zu haben. Nach 21 Jahren Ehe lieben wir uns nach wie vor. Das ist ein Riesenvorrecht. Aber wisst ihr was, wenn ich morgen nach Hause komme und eins meiner Kinder ist tödlich verunglückt oder erkrankt an einer schweren Krankheit. Das wäre extrem schwer. Aber eins weiß ich, Gott hat kein Recht verletzt. Ich habe kein Recht auf gesunde Kinder. Ich habe kein Recht auf eine Frau, die mich liebt. Es ist ein Riesenvorrecht, wofür ich Gott jeden Tag danke. Aber sollte es mir morgen verweigert werden, hat Gott kein Recht verletzt. Wir glauben auch, ein Recht zu haben auf Freiheit, ist das Dritte. Das Recht, das zu tun, was ich will. Das Recht, die Hobbys, den Sport ausüben zu können, wann und wo ich es will. Und wehe, jemand beschneidet mich, dann werde ich zornig, denn ich habe ein Recht darauf. Fällt euch übrigens auf, zwei und drei schließen sich gegenseitig aus. Wenn du Beziehung haben möchtest, dann vergiss Freiheit. Und wenn du Freiheit haben möchtest, dann heirate nicht. Es ist naiv zu glauben, ich kann eine Ehebeziehung eingehen und meine alte Freiheit behalten. Es ist einfach eine Lüge. Und die das glauben, da geht es nicht lange gut. Das vierte Besitz, wir glauben auch, ein Recht zu haben auf Besitz. Auf unsere Wohnung, auf unser Haus, auf unser Auto, auf unseren Computer, Stereoanlage, was immer es ist. Und manchmal ist ja unser Besitz, bei Männern speziell das Auto, die Erweiterung ihrer eigenen Persönlichkeit. Darum werden manche Männer so zornig, wenn ihr das Auto zerkratzt. Wenn die Frau beim Aussteigen hinfällt und das Auto dabei zerkratzt, schaut ihr zuerst den Kratzer an und dann schaut ihr auf die Frau. Seht ihr, wiederum, ich habe ein großes Vorrecht. Ich habe ein Vorrecht, ein eigenes Haus zu haben. Sogar am Land. Ich habe ein Vorrecht, ein Auto zu haben. Und ich bin froh, dass ich eins habe. Ist auch praktisch. Aber, wenn ich morgen dieses Haus nicht mehr hätte, aus welchen Gründen auch immer, hätte Gott kein Recht verletzt. Ich habe kein Recht auf ein Haus. Ist ein Geschenk. Wir glauben auch, das ist das nächste, ein Recht zu haben auf körperliche Gesundheit. Wir glauben, das Recht darauf zu haben, immer gesund, dynamisch, vital und hübsch zu sein. Das Recht auf gesunde Kinder zu haben. Im Christlichen gibt es sogar eine Bewegung, die ist jetzt ein bisschen abgeklungen, aus dem amerikanischen Health, Wealth, Prosperity Movement. Gibt es ein Buch, das heißt, Jesus wants you well. Tut mir leid, aber in der Bibel finde ich es nicht und in meinem Leben auch nicht. Ich bin jetzt 46. Ich bin immer noch relativ gesund. Ich habe auch meine Kleinigkeiten, wo es nicht so gut geht. Aber, ich bin relativ gesund und ich darf euch eins sagen, ich danke Gott jeden Tag für meine Gesundheit. Ich danke Gott, dass ich noch Skifahren gehen darf, dass ich klettern darf, dass ich allerhand tun darf, was andere Menschen gar nicht könnten. Aber sollte Gott mir meine Gesundheit morgen nehmen, es wäre schwer, aber eins weiß ich, Gott hätte kein Recht verletzt. Ich habe kein Recht auf körperliche Gesundheit. Es ist ein Geschenk, wofür ich dankbar bin. Wir glauben auch, ein Recht zu haben, manchmal auf mentale und emotionale Gesundheit. Das ist der Grund, warum die Seelsorgeräume voll sind. Wegen meiner Eltern, wegen meiner Geschwister, wegen meiner Vergangenheit, bin ich, was ich bin. Hätte ich andere Eltern gehabt, könnte ich ganz anders sein. Bin ich geliebt worden oder sogar missbraucht worden. Und darum habe ich ein Recht, zornig zu sein. Ich habe ein Recht, mit Gott bitter zu sein. Denn warum hat Gott das zugelassen? Das sind schwierige Fragen. Kann man nicht pauschal leicht beantworten, aber ein Prinzip steht. Ich glaube, und ich bin dankbar, mental, emotional halbwegs gesund zu sein. Das glaube ich. Du hast vielleicht eine andere Meinung. Ist okay, meine Frau auch manchmal. Aber sollte ich morgen, aus irgendwelchen Gründen, emotional, nicht mehr so gesund sein. Und was war witzig, als ich 40 war, mit Life-Kreis, das war für mich ein völliger Blödsinn. Wieder so ein typischer Blödsinn, was sie da verzapfen. Ich bin 40 geworden und ich bin munter geworden in der Früh und war extrem depressiv. und ich bin über Monate jeden Tag aufgestanden, habe gedacht, ich kann diesen Tag nicht leben. Ich war wirklich so weit, wo man gedacht hat, was soll ich tun? Eine Option war, das Leben beenden und das war gar nicht so weit weg. Du bist so verzweifelt und ich habe damals einen lieben Freund angerufen, hat gesagt, wie es mir geht. Und ich habe gesagt, schlecht. Ich habe gesagt, was ist los? Und ich habe gesagt, ich weiß nicht, ich schaffe dieses Leben nicht mehr. Und er hat gesagt, wie alt bist du? Und ich habe gesagt, 40. Und er hat gesagt, okay, passt. Das wird besser. Aber wisst ihr, was interessant war? Ich hatte das drei Monate lang und es ist wirklich schwer. Aber wisst ihr was? Ich bin Gott so dankbar dafür. Denn wenn ich vorher mit jemandem oft geredet habe, gesunder, starker, erfolgreicher Mann und dann erzählt er mir von Depressionen, dann habe ich mir gedacht, reiß dich doch ein bisschen zusammen nicht immer. Reiß dich halt einfach zusammen nicht. Das ist so ein Blödsinn. Das hilft kein bisschen. Und oftmals ein lieber Freund von mir, Rob Whittaker, der ist Bibelschulleiter in England, hat er gesagt, jedes Leid, das du durchmachst, gibt dir einen Schlüssel, um das Herz eines anderen zu öffnen. Und darum ist Leid oft zu etwas Wunderschönes von Gottes Perspektive. Das nächste, was ich aufgeschrieben habe, ist Komfort und Bequemlichkeit. Wir haben manchmal das Gefühl, es muss immer alles bequem und komfortabel gehen. Ich muss die richtige Raumtemperatur haben. Wer von euch Sekretärinnen oder so hat, der weiß, der eine macht das Fenster auf, die nächste macht es wieder zu, der andere wieder auf und dann wird es schon ein bisschen kritischer. weil jeder hat das Recht auf die richtige Temperatur. Es ist wiederum schön, wenn es bequem ist. Ich liebe es auch bequem. Ich liebe es bequem. Ich bin kein Masochist oder was. Aber wenn es mal nicht bequem ist, ist es völlig okay. Manchmal auf Skidouren, da ist es manchmal extrem kalt oder in der Höhle. Ich bin Höhlenforscher und wir gehen auch mit Leuten in die Höhle. Wir schlafen auch in der Höhle, aber es ist sehr unangenehm. Kalt, feucht, nass, dunkel. Und dann sind die Leute nass oder kalt und zitternd. Und dann merkst du schon, die bezahlen ja dafür. Dann merkst du schon, ich weiß genau, was der denkt. Dieser Vollidiot. Warum bin ich nur hierher gekommen? Zu Hause hätte ich meinen Chips und Cola oder Bier und Fernseher. Und da merke ich schon, die Leitung hier, das sind totale Versager. Und du merkst genau, was sie denken. Freunde, das sind die besten Zeiten. Und dann frage ich sie, ich nehme an, euch ist kalt. Und dann schauen sie dich an und sagen, ja du Volltrottel. Und dann sagst du, und was sonst noch? Kalt. Ich verspreche dir, es gibt wieder Zeiten in deinem Leben, da wird es warm. Momentan ist es nur kalt und wisst ihr was? Es ist nichts falsch daran. Es ist halt kalt. Es wird dann wieder warm. Mir gefällt so Sprüche, Kapitel 3, es gibt eine Zeit für alle Dinge. Es gibt eine Zeit zum Weinen, Prediger, entschuldige, es gibt eine Zeit zum Weinen, es gibt eine Zeit zum Lachen. Es gibt eine Zeit zum Lieben, es gibt eine Zeit zum Hassen. Alles hat seine Zeit. und wir sollten nicht andauernd versuchen, jederzeit nur davon zu laufen. Es ist gut. Glaubt nicht, dass ich Kälte liebe, ich hasse Kälte, aber es gehört zum Leben dazu. Manchmal glauben Christen auch oder Menschen, sie haben Recht auf Anerkennung, gerade bei Christen. Ich habe ein Recht anerkannt zu werden und unter Christen lernt man so öfter, er hat sich nicht einmal bei mir bedankt. So furchtbar, jetzt komme ich nicht mehr in die Kirche. Und bei manchen Christen sollten sogar die Hände in die Bäume klatschen, wenn sie mal was Gutes tun. Wisst ihr was? Wir sollten Hände in die Bäume klatschen, Bäume in die Hände klatschen oder wie? Wir sollten andere Menschen immer anerkennen. Schenkt Anerkennung, so viel du kannst. Es tut uns gut. Aber weißt du was? Wenn du einmal nicht anerkannt wirst, es ist völlig okay. Du kannst entspannt bleiben. Es hat niemand ein Recht verletzt. Wir haben kein Recht auf Anerkennung. Es ist ein großes Vorrecht, aber kein Recht. Wir glauben auch, ein Recht zu haben auf Verständnis, gerade unter Christen. Wir glauben, ein Recht darauf zu haben, verstanden zu werden und Christen sind da manchmal besonders. Sie glauben, ein Recht zu haben, verstanden zu werden, ohne ihr Anliegen kundzutun. Es gibt Leute, die sind vom Dauernhof nach Hause gefahren. Ich weiß, sie sagen zu Hause, jetzt war ich eine Woche am Dauernhof, da hat mich niemand verstanden. und dann riefst du ihn zufällig und sagst, hast du jemanden erzählt, wie es dir geht? Nein, das nicht, aber es hat mich niemand verstanden. Aber Christen sollten es ja riechen. Es ist wichtig, dass wir uns mitteilen und wiederum, wir sollten Verständnis aufbringen, so weit und so gut es uns möglich ist. Aber, ich möchte noch etwas sagen, wenn du einmal nicht verstanden wirst, auch jetzt bei diesen Vorträgen, du kannst dich vollkommen entspannen. Es hat niemand ein Recht verletzt. Wir glauben auch, ein Recht zu haben auf Gerechtigkeit. Wir glauben, das Recht zu haben, immer fair und anständig behandelt zu werden. Wenn du das glaubst, wirst du den Rest des Lebens bitter leben müssen, denn du erlebst jeden Tag Dinge, die nicht fair sind. Aber wisst ihr was, Freunde, ist okay. Wir sollten, soweit es an uns liegt, immer gerecht handeln. Gerade mit unseren Mitarbeitern, mit unseren Kindern, mit den Leuten, die uns am nächsten sind, gerecht handeln. Aber wenn dir einmal nicht recht geschieht, es ist okay. Wir glauben auch, das Nächste ist Sicherheit, ein Recht zu haben auf Sicherheit, gerade in unserer heutigen Zeit. Alles muss so sein, damit mir nichts passiert, auch meinen Kindern darf nichts passieren. Und wenn was passiert, dann muss ein Schuldiger gesucht werden. Das ist eine völlig unbiblische Praxis. Außer es gibt einen tatsächlich Schuldigen, das ist was anderes. In Amerika ist dieses Suing Business, wird es genannt, die Anklagementalität. Ich war Skilehrer in Amerika, da war ich die erste Woche da und ich kannte das Gebiet noch nicht so gut, bin eine Piste runtergefahren, die war ein bisschen zu steil für meine Gruppe, ein paar Mal hingefallen. Eine Frau war dabei, ganze Woche, die hat mir am Ende der Woche ein Buch geschenkt, das habe ich heute noch zu Hause, das war die schönste Woche meines Lebens, da 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 da, all das Zeug. Drei Monate später habe ich einen Anruf bekommen von der Stratton Mountain Company, dieses Skigebiet dort. Eine Frau hat sie verklagt, weil sie hatte einen Skilehrer, der hat sie eine zu steile Piste runtergeführt, sie ist zweimal hingefallen, seitdem hat sie Kopf für eine Million Dollar. Und ich muss auch sagen, man wisst, was ich sage, oft unseren amerikanischen Freunden, lass dich nie auf dieses Suing-Business ein. Es kann sein, dass du viel Geld gewinnst, es kann aber auch sein, dass du den Segen Gottes verlierst. Es ist eine völlig unbiblische Praxis. Wir sind selbst verantwortlich für das, was wir tun. Natürlich, wo es Entschuldigen gibt, gibt es Entschuldigen, das ist keine Frage. Aber nicht diese Mentalität, immer einen Entschuldigen zu suchen. Aber das kommt davon, wer wir glauben, ein Recht zu haben auf Sicherheit. Freunde, dieses Leben ist nicht sicher. Es ist tödlich. 100 Prozent. Eins weiß ich von euch, jeder stirbt. Auch wenn ich dich nicht kenne. Der Tod ist die Sicherheitsstatistik, einer aus einem stirbt. Wir glauben auch, ein Recht zu haben auf Abenteuer. Wir glauben, ein Recht zu haben, Dinge zu tun, gerade Männer, die aufregend sind, Adrenalin, darum klettern wir auf dem Himalaya und so Idiotenweg, auch auf so Berge. Aber da ist etwas dran und darum gehen wir grisli schießen nach Alaska und darum verlässt man als 40-Jähriger seine Frau, weil man muss noch ein Abenteuer mit einer 20-Jährigen haben und so weiter. Das kommt darauf, man glaubt an, ein Recht zu haben auf Abenteuer. Nun wiederum, ich liebe Abenteuer und ich danke Gott für das Abenteuer, das ich haben durfte. Aber wenn es nicht mehr der Fall ist und ich musste viel zurückschrauben und es fällt mir nicht schwer, ab und zu wünschte ich mir, früher bin ich im Jahr sicher 40, 50 Touren gegangen, jetzt gehe ich 4 oder 5, weil ich festgestellt habe, ob ich jetzt die eigene Nordwand oder den Himmelay oder sonst einen Berger klimme, es rettet keinen einzigen Menschen. Wenn ich aber Menschen von Jesus erzähle, werden Leben verändert für eine Ewigkeit. Darum ist es für mich viel spannender geworden, Christus zu predigen, als Wände zu besteigen, so sehr ich das liebe. Übrigens seht ihr, dass sich Sicherheit und Abenteuer ausschließt? Wenn du Sicherheit haben willst, vergiss auf Abenteuer. Und wenn du Abenteuer haben willst, vergiss Sicherheit. Und das Letzte, wir glauben auch, ein Recht zu haben, auf Leben an sich. Wir glauben, ein Recht zu haben, 80 Jahre alt zu werden. Wir glauben, ein Recht zu haben, die Hochzeiten unserer Kinder sehen zu dürfen. Ein großes Vorrecht. Wenn ich die Hochzeiten meiner Kinder sehen darf, da freue ich mich drauf. Aber wenn es nicht so sein wird, hat Gott kein Recht verletzt. Aber nicht an einen vorzeitigen Tod. Nun, die nächste Frage ist, und das ist weiter unten auf eurem Zettel, was sagt das Wort Gottes zu unseren Rechten als Christ? Und ich habe da drei Punkte. Erstens, alle unsere Rechte wurden aufgekauft am Kreuz von Golgatha. Schlagt bitte auf Römer Kapitel 14. Ich habe euch mehrere Bibelferse hingeschrieben, die könnt ihr selbst dann lesen. Ich lese nur den ersten, Römer Kapitel 14, Verse 7 und 8. Da schreibt der Apostel Paulus, Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner von uns stirbt sich selbst. Denn sei es auch, dass wir leben, so leben wir dem Herrn und sei es, dass wir sterben, so sterben wir dem Herrn. So sei es nun, dass wir leben, sei es auch, dass wir sterben, wir sind dem Herrn. Das heißt, unser Leben mit all unseren Rechten, den vermeintlichen, gehört dem Herrn, nicht mir. Zweitens, all unsere Rechte sind übergeben worden in der Nachfolge Jesu. Matthäus Kapitel 10, Vers 37, ich lese da nur zwei Verse. Matthäus 10, Vers 37, sagte Herr Jesus, Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Das heißt, unser ganzes Leben haben wir Christus übergeben. Es gehört dir, es ist nicht mein. Meine Kinder gehören auch dir, die sind auch nicht mein. Mein Schwager, der wohnt in Neuseeland, war gerade hier und seine Frau mit den zwei Kindern sind vor ihm geflogen und er hat sich gesorgt, wird das alles gut gehen? Und da hat Gott zu ihm gesprochen am Flughafen, hat zum Paul gesagt, Paul, das sind nicht deine Kinder, das sind meine Kinder. Und ich werde auf meine Kinder schauen, wie ich es für gut befinde. Er erlebte eine solche Freiheit von einer Sorge. Es war gerade kürzlich. Das dritte und letzte, bis jetzt wirst du denken, schaut nicht allzu gut aus, und was bleibt mir überhaupt noch übrig? Punkt Nummer 3. Alle unsere Rechte, wenn wir sie Gott unterordnen, werden zum Segen. Und ein Beispiel nur, und das beste Beispiel ist Abraham. Abraham wurde versprochen von Gott. Er wurde gesagt, Abraham, ich gebe dir Nachkommen so zahlreich wie die Sterne am Himmel, wie der Sand am Meer. So viele Nachkommen wirst du haben. Er war 100 Jahre alt, bekam seinen ersten Sohn von seiner eigenen Frau und als dieser Sohn vielleicht ein Teenager oder was immer war, sagte Gott zum Abraham, Abraham, ich möchte, dass du deinen Sohn, dass du ihn tötest. Wenn ein Mann das Recht hatte auf einen Sohn, dann war es Abraham. Aber Abraham hat nicht auf sein Recht bestanden. Er hat gesagt, Gott, im Hebräerbrief lesen wir, wenn ich den Sohn töten muss, musst ihn halt du für den Toten auferwecken. Das ist dein Problem. Ich vertraue dir. Und weil Abraham nicht auf sein Recht bestand, hat Gott ihm all seine Rechte zum Segen gemacht. Und heute, jeder der hier sitzt, du bist ein Kind Abrahams. Er hat tatsächlich Kinder wie Sterne am Himmel und Sand am Meer. Und Paulus, das zeige ich euch noch, Paulus hat all seine Rechte aufgegeben. Geht zu Philippe Kapitel 3. Wenn einer Rechte hatte, dann war es Paulus. Und in Philippe Kapitel 3 zählt Paulus seine Rechte auf. Und da lesen wir im Vers 4, obwohl auch ich Vertrauen auf Fleisch, das heißt, auf mich selbst haben könnte. Wenn irgendein anderer glaubt, auf sich selbst vertrauen zu können, ich noch mehr. Und jetzt kommen seine Rechte. Ich bin beschnitten am achten Tag vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit, die im Gesetz ist, untadelig geworden. Und weißt du, was Paulus dann sagt? Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich. Ich halte alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Jesu Christi, meines Herrn Willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne. Und als Paulus bereit war, all seine Rechte aufzugeben, was hat Gott dann getan? Er hat ihn gesegnet. Und wir sind jetzt gerade, meine Brüder, Gesegnete durch den Brief des Paulus. Und jetzt kommt das Persönliche, das ist auf der zweiten Seite. Wie sollten wir nun biblisch mit unseren Rechten umgehen? Und das ist etwas ganz Persönliches. Jeder von euch kann sich frei entscheiden, das zu tun oder nicht zu tun. Hör einfach auf dich und mach, was du glaubst, du tun sollst. Aber, die Erfahrung meines Lebens und auch das viele andere Christen ist, erstens, identifiziere das Recht, das du glaubst zu haben. Und hier beginnt, ich nenne es, die innere Turbulenz. Es ist unangenehm. Weißt du, wenn wir ehrlich sind vor Gott, wenn wir vor Gott kommen und sagen, Gott, es gibt ein paar Dinge, ohne die bin ich nicht bereit zu leben. Die gebe ich nicht aus meiner Hand. Das sind die Dinge, wo du sagst, ja, mit Jesus leben, ja, aber, das auch. Es kann sein, oft bei Single-Leuten, die sagen, ja, Christ sein, ja, aber ich muss heiraten. Ja, Christ sein, ja, aber meine Kinder müssen bewahrt bleiben. Christ sein, ja, aber nach China gehe ich nie. Was, an was ist es, was wir nicht loslassen? Und da habe ich einfach geschrieben, sei ehrlich mit dir selbst, belüge dich nicht selbst. Es tut manchmal ein bisschen weh. Nicht nur ein bisschen, manchmal sehr. Darum nenne ich es den Verwundungsprozess. Hosea 6, Vers 1 lesen wir, Gott schlägt Wunden, aber er heilt sie auch. Und manchmal muss eine Wunde geschlagen werden, um einen Tumor zu entfernen und die Heilung setzt erst dann ein. Es tut nämlich weh, festzustellen, wo ich, wo mein Stolz mich geleitet hat. wenn ich das zugebe, sage, ja, stimmt, habe ich festgehalten. Was immer die Dinge sind, du brauchst übrigens keinen Psychiater, um die Dinge rauszufinden, der Heilige Geist ist treu. Wenn du ehrlich vor Gott gehst und sagst Gott, was ist es, was zwischen dir und mir steht. Er ist extrem treu, dir diese Dinge zu zeigen. Das sind ein paar Zeilen, da kannst du eventuell das eine oder andere aufschreiben, was Gott dir zeigt. Und dann das zweite, übergib all diese Rechte an Gott. Ich nenne es das Gebet der Übergabe. All die Dinge, an denen ich mich festhalte, ob das mein Erfolg ist, meine Beziehungen, meine Kinder, meine Gesundheit, was immer es ist, das nehme ich und sage, Herr, es gehört alles dir. Es gehört alles dir. Nimm es, gib es zurück. Keine Ahnung. Dein Wille geschehe. Und Freunde, es ist nicht leicht, das ist wie beim Abseilen. Wir machen sehr viel im Sommer mit Klettern. Da stehst du oben, du hängst am Seil, es geht hier senkrecht oder überhängend runter, 10, 20 oder 30 Meter, ist egal, Hauptsache das Seil ist länger, wie der Felsen hoch ist. Und dann stehst du da oben, da ist alles gelernt, das Seil hält 2500 Kilogramm, du hast 70 Kilogramm, das weißt du, das hält alles. Und dann kommt der Moment, wo du dich zurückfallen lassen musst. Das fällt vielen extrem schwer. Man hält sich an allem fest. Felsen, Gras, Bergführer, alles was man irgendwie erwischt. Und dann, früh oder später, mit oder ohne Hilfe, fällt er zurück. Entschuldigung. Genauso. Und dann hängt er im Seil. Wisst ihr, was Martin Luther mal gesagt hat? Ich hänge über einem tiefen Graben an einem seidenen Faden, aber der Faden hält. Das ist genau das Gefühl. Du hast das Gefühl, ich habe nichts mehr in der Hand. Gott, alles dir. Und das ist diese Übergabe. Gott, ich habe mich an dem und dem festgehalten, neben dir. Gehört dir. Ich bin gekreuzigt, gestorben und begraben. Und du lebst in mir. Das ist die Prüfung. Und dein Auferstehungsleben, das soll zum Ausdruck kommen. Ich möchte dir noch erzählen, etwas ganz Persönliches. Aber das war vor 16 Jahren. 1992, ich habe mir es aufgeschrieben. Da habe ich einen Gebetsspaziergang gemacht. Ab und zu gehe ich so einen halben Tag mit Jesus spazieren. Jeden Tag, wo ich das nicht mache, habe ich das Gefühl, ich habe etwas ganz Wertvolles versäumt. Einfach mit ihm spazieren gehen. Und da bin ich mal am ganzen, das war eigentlich ein ganzer Tag, mit ihm spazieren gegangen. Und da hat er mir plötzlich vier Fragen gestellt. Und das war wahrscheinlich der eine Moment, das war so real, ich habe das nur ein anderes Mal erlebt, zweimal im Leben, bis jetzt. Ich habe mich vier Fragen gestellt. Die erste Frage war, Hans-Peter, ich weiß, du liebst Österreich. Das war 92, da war ich noch keine 30, ja 30 Jahre alt. Du liebst Österreich, du liebst die Berge und so weiter, aber Hans-Peter, ich möchte dich nächstes Jahr woanders haben. China oder Afrika oder England oder sonst wo. Ist es okay mit dir? Und das war so real, ich wusste, wenn ich ja sage, ich bin nächste Woche in China. und es war extrem schwer, denn ich liebe meine Heimat, die Berge und ich ging spazieren und kam zu einem Punkt, wo ich aber gesagt habe, Herr, wenn du mich in Österreich nicht gebrauchen kannst, dann gehen wir. Es fällt mir schwer, aber es ist okay. Dann hat er mir eine zweite Frage gestellt, die war viel schwieriger. Er hat gesagt, Hans-Peter, Peter, ich weiß, du liebst deine Frau. Damals hatten wir zwei Kinder zu der Zeit, Lukas und Lisa. Er hat gesagt, aber Hans-Peter, ich möchte dich gerne ab morgen als Single gebrauchen. Ist das okay mit dir? Es war extrem schwer. Ich bin spazierend, ist unter Tränen, da weinst du sogar dabei, weil ich wusste, wenn ich jetzt Ja sage, vielleicht komme ich nach Hause und meine Frau und die Kinder sind nicht mehr. Autounfall oder was immer, bin alleine im Haus. Aber ich bin zu dem Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, Herr, es ist das Letzte, was ich mir wünsche. Es ist das Letzte, was ich mir je erträumt hätte für mein Leben. Aber Herr, wenn es die einzige Möglichkeit ist, dein Wille geschehe. Dann hat er mich noch eine Frage gestellt, die ebenso schwierig war. Er hat auch gesagt, Hans-Peter, ich weiß, du bist dankbar für deine Gesundheit, aber ich möchte dich gerne ab nächstes Jahr im Rollstuhl gebrauchen. Ist das okay mit dir? Es ist extrem schwer. Ich habe liebe Freunde, die sind im Rollstuhl. Und ich ging wieder dahin, das ist wieder, ich habe gesagt, nein, Herr, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist das Allerletzte, was ich mir je gedacht hätte von meinem Leben. Aber ich kam dann zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, Herr, wenn es gar nicht anders geht, dein Wille geschehe. Dann kam eine letzte Frage, das war eine hypothetische Frage und dennoch ganz real. Ich habe es nur einmal in der Bibel gefunden beim Paulus im Römerbrief dann. Hat Gott gefragt, Hans-Peter, ich weiß, ich bin sehr wichtig in deinem Leben. Hans-Peter, wie ist es, wenn ich mich selbst aus deinem Leben wegnehme? Und das vergesse ich nie, weil, das war fast wie ein körperlicher Schmerz, wie ein Herzweh, wo ich gesagt habe, Herr Gott, du kannst mir alles nehmen. Aber nicht dich, denn du bist mein Leben. Nach diesem Gebet habe ich zum ersten Mal verstanden, was Paulus sagt in Philippa 1,21. Mein Leben, das ist Christus. Sterben ist mein Gewinn. Und wisst ihr, was ich in diesem Moment auch zum ersten Mal erfahren habe? Totale Freiheit. Ich wusste an diesem Moment, die Welt, Satan oder Gott, können mir alles nehmen, aber sie können mir nicht mein Leben nehmen, weil Christus ist mein Leben. Sieh dir, alles andere verlieren wir. Christus nicht. Und da wird es ganz praktisch. Das sind keine theologischen, abgehobenen Wahrheiten, gekreuzigt, gestorben, begraben mit Christus. Das ist Realität im Alltag. Das dritte, der dritte und letzte Punkt, entschließe dich Gott zu danken, was auch immer die Konsequenzen. Wenn du dieses Gebet gesprochen hast, danke Gott für all das, was kommen wird. Denn Gott ist darin, es wird gut sein. Übrigens, noch nebenbei, Gott hat uns ein Recht tatsächlich gegeben und darauf darfst du bochen, denn dieses Recht ist geschrieben. Schlagt auf, Johannes Kapitel 1, Vers 12. Johannes 1, Vers 12. Das einzige Recht, das ich in der Bibel gefunden habe. Aber dieses Recht haben wir. Johannes 1, Vers 12. So viele ihn, Jesus, aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht ausgeblüht, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Ein Recht habe ich, nämlich das Kind Gottes zu sein. Und wenn ich einmal vor Gott stehe, vor seinem Thron, dann kann ich eins sagen, Gott, ich weiß, ich habe fast nichts gehalten, ich bin auch nicht würdig, das weiß ich auch, aber Gott, du hast mir ein Recht gegeben. Ich bin dein Kind. Und auf dieses Recht kannst du beharren, weil das ist tatsächlich ein Recht, das dir gegeben wurde. Wenn du ein neues Auto kaufst und du bekommst die Garantie für ein Jahr und das Auto geht kaputt in diesem Jahr, hast du ein Recht, dass es repariert wird. Denn dieses Recht ist geschrieben. Ich möchte noch sagen, es kann sein, dass der eine oder andere sagt, Hans Peter, das Ganze ist mir ein bisschen zu steil. Ich kann nicht das loslassen. Ich weiß nicht, wie das gehen könnte. Ich will dir sagen, es ist okay. Gott ist sehr geduldig. Und Gott vergewaltigt keinen. Und darum, wenn du sagst, ich bin nicht zu weit, es ist völlig okay. Gott ist ein treuer Gott. Er drängt Menschen nicht. Und der eine oder andere sagt aber doch, ich glaube, es ist genau an der Zeit, das zu tun. Und ich möchte es tun. Christus ist mein Leben. Nicht mehr ich. Und dann habt ihr jetzt eine halbe Stunde, ist jetzt halb neun genau, bis neun Uhr Zeit. Jeder, der will, kann diesen Zettel nehmen, es vor Gott besprechen, durchbeten mit ihm und es durchbeten. Und jeder, der es nicht tun will, das ist völlig okay. Aber dann bitte ich euch einfach, dass ihr den anderen das Recht gebt und die Freiheit, es tun zu können. Das heißt, dass sich jeder einfach, vielleicht die halbe Stunde, entweder du gehst spazieren oder geht es in die Gruppen, der Manfred hat das vorgeschlagen, in die Gruppen einfach reinsetzen und jeder macht es halt für sich. Oder geht spazieren oder bleib vielleicht hier sitzen, wenn du sagst, nein, ich bleibe einfach sitzen und denke über was nach. Ist völlig okay. Halbe Stunde dafür und dann um neun Uhr treffen wir uns wieder hier, wo wir gemeinsam einfach Gott loben und ihn preisen wollen, auch durch unser Singern. Möchte noch beten, lieber Vater, manchmal erscheint das, was dein Wille ist, was du verlangst, so unmenschlich, so schwer, so brutal fast. Und doch, wenn wir uns darauf einlassen, merken wir, es ist Freiheit, es ist Friede und nur darin ist Gelassenheit. Göttliche Gelassenheit, nicht menschliche. und Herr, so schwer es den einen oder anderen Fall möge, einfach zu bekennen, die Dinge, an denen wir festhalten, die Rechte, an denen wir uns klammern, die uns keiner gegeben hat und die uns hindern, dir wirklich zu vertrauen, dass wir diese Dinge identifizieren, sie dir übergeben, uns frei fallen lassen und dann erkennen, das Seil hält und es ist eine große Freiheit, sich ganz auf dieses Seil zu verlassen. So wissen wir, dass wir nie tiefer fallen als in deine Hand. Und deine Hand ist eine liebende Hand. Eine Hand, in der wir geborgen sind, nicht bedroht. Und darum dürfen wir dir vertrauen, wenn du etwas sagst. So, Herr, danke ich dir für jeden Einzelnen hier, wo immer er steht und lege diese halbe Stunde in deine Hand und möchte darauf vertrauen, dass du wirkst. Amen.